Musik Herr Pollmanns, die Firma Siebtechnik macht wahrscheinlich mehr als einfach nur feinen Sand, oder? Die Firma Siebtechnik macht überhaupt nicht feinen Sand, aber die Firma Siebtechnik bietet Maschinen, mit der wir unter anderem in der Sand- und Kiesindustrie erfolgreich arbeiten. Unter anderem auch Sand herstellen. Das heißt, wie sieht das jetzt aus? Wir haben hier eine, ich nenne es einfach mal ganz lapidar, eine Rüttelmaschine, die Dinge aussiebt. Das ist gar nicht schlecht formuliert, denn als Prinzip der Vibration ist erforderlich, damit die Maschine überhaupt fördert, das Material umwälzt und letztendlich in einem kontinuierlichen Prozess die Trennung nach der Korngröße vollziehen kann. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020